Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Übrigens, ich habe eine Frage bekommen. Hier auf Ich reagiere auf Ronaldo. Ich bin am Grunddruck drehen, meine Schwester wieder. Du die Fahrt hast. So, wie hast du das gefunden? Maker. Es geht mit Intro Maker hier. Make awesome intros. Es war ein bisschen schwer. Aber ich habe es eben bekommen. Zwei Stunden fürs Intro habe ich gebraucht. Da kann man sich halt so aussuchen, was für ein Intro man haben will. Hier Intro Maker, so 400 MBH. Kann man so abspielen lassen. Dann muss man so einen Titel her schreiben. So, also zum Beispiel mein Name ist jetzt Almir ist da. Bum, 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 bam. Also dann kommt so, Almir ist da. Man kann dann auch so ein bisschen Text reinfügen, Musik, so richtig so. Ich habe jetzt hier Intro und dann so gibt es voll viele Songs. Und so. Also macht euch auf was gefasst. Und auf jeden Fall, das war nur so zur Info. Bis zum nächsten Mal und ciao.